Muss ich zum Anfang zurück? Zum Schmetterling? Offensichtlich nicht. Wo muss ich denn hin? Könnt ihr euch mal entscheiden, von wo der jetzt kommt? Vielleicht werde ich sicher in der Lichter. Max? Nein. Vielleicht werde ich aufwachen. Lass den Heerlbilly mich in kaltes Blut. Was ist mit deinem Spruch, Max? Ich dachte, ich könnte dein Professor für die Leben sein. Muss ich den vielleicht umbringen oder so? Können wir mal aus? Okay, anscheinend nicht. Was soll ich denn jetzt hier machen? Ist das sowas von bescheuert? Ich will doch nur wissen, wo ich hin muss. Was? Wahrscheinlich muss ich irgendein Bild finden, aber... Das ist so bescheuert. Man weiß ja auch überhaupt nicht, was man eigentlich machen soll. Ja! Wach auf! Ja! Wach auf! Ich hab hier echt Schnauze voll von dem Kram hier! Ich bin vor dem Kram hierher. Kannst du mir aufzüllen? Ich habe hier gesagt, das ist das Klavier. schnauert. Ich habe das Klavier. Ich wollte mir das Klavier zu machen. Ich bin mir dringend. Er weiß schon. Es ist ein Freund. Er ist satt. Das ist ja. Ich habe das Cordel. Ich habe dich gut. Ich gehe jetzt einfach mal die ganzen Bilder hier ab. Aber ich kann auch nichts mit den Bildern machen, verstehe ich irgendwie nicht. Dann geh doch in deinen scheiß Darkroom. Nein, geh weg. Nein, geh weg. Nein. Ach, dieser Quatsch immer, dass der von verschiedenen Seiten kommt. Hä? Was war das jetzt? Oh, wo bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt ganz am Anfang. Ey, ganz ehrlich, ich verstehe überhaupt nicht, was ich jetzt hier eigentlich soll. Da hinten ist ein Leuchtturm. Och, geh mir nicht auf den Sack, Mann. Entscheintend muss ich ja irgendwie da hinten durch. Was ich auf der anderen Seite aber auch wieder nicht schaffe. Komm, beweg dich. Ach, darf mich dieses Ding jetzt nicht sehen, oder wie? Boah, so schnell komme ich doch gar nicht da rum. Nein. Nein. Also das ist jetzt wirklich das Bescheuertste, was ich jetzt hier gerade erlebe. Wieso denn jetzt der? Ja. Äh, das ist jetzt schon... Äh, das ist schon... Äh, das ist schon... Äh, das ist schon... Was ist das denn für einer? Was ist das denn für einer? Nein. 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 Geh weg. Oh, das ist nervös, ja. Ich würde kurz... Ich würde dich öffnen, Freak. Mein bloodspattern, Angel. Das war meine Beans, Max. Das war meine fucking Beans. Wenn nur du gesehen hast, Rachel. Mein bloodspattern. Oh, nein. Können wir dieses Spiel jetzt bitte endlich beenden? So langsam macht es keinen Spaß mehr. Soll ich mich jetzt hinsetzen, oder soll ich jetzt hier rein? Okay, hier rein kann ich anscheinend nicht. Ach. Oh, nein. Ich würde mich jetzt honest in werdungen. Ich würde mich hier essen. Ich würde mich jetzt auf den einen Schroisprachen schauen. Ich würde michiiinend nicht immer mehr ins Gefühl haben. Ich würde mich ihm abonline, wenn es einen Schroisprachen geht. Ich würde mich vorher nicht sagen. Ich würde mich für ein Schroisprachen reden. Ich würde mich nicht mehr auf den Schroisprachen. Ich würde mich selbst freuen. Ich würde mich für mich jetzt nicht mehrыben. Bewegen kann ich mich nicht? Was? Oh, ich wusste nicht, dass du musst. Natürlich kann ich dich auf. Jetzt habe ich eine Chance für einen Mocha. Ich werde bald. Love you. Entschuldigung, meine Damen und Herren, ich muss die Yonder-Könne zu retten. Sie hat nicht so viele Bälle für uns. Du bist wunderschön. Du bist froh für das, irgendwann. Shit, wo sind meine Geist? Das ist ein Dollar für die Swear-Jar. Du meinst, dein College-Bund? Geist bitte. Shit, wo sind die Geist? Ein Dollar für die Swear-Jar. Du bist mich verletzt. Aha! Du kannst mich nicht immer von mir weg. Jetzt lock up, nachdem ich mich. Spiel schön. Try not to destroy too much of the house. Und keine Chloe- und Max-Wine-Tasting-Session. Grüßt du Chloe und Joyce von mir. Vergiss nicht zu erwähnen, dass du mich hast sterben lassen. Okay. Ich denke, du bist perfekt für meine neue Foto-Serie auf Retro-Grunge. Du hast die gleichen Qualität, die ich in Rachel Amber am liebte. Aber nicht Max. Max. Max is a fucking child. Oh Christ, I know. And she never shuts up. Does she? I'm so over her hipster bullshit. I think everyone at Blackwell is over Max. Let's prove it. Booyah, Warren. I thought you were all over Max's shit. She's not all that. So who cares if she doesn't kiss me? Oh, you should have seen her make a move on me in my room. Hella lame. Max should see me make a move on you. Come here. Goddamn, you're a sexy bitch. Why hang out with Max, huh? Boredom. Plus, she's like my personal puppet. I hear that. Do you want a party? I got a drugstore in my room. Oh shit. Look at Max spying on us. Take a fucking picture, bitch. Or take a selfie. See, this is how you bust a move, Max. No mosh pit for you, shockabrah. Damn, Victoria. You're a real woman. Not a little girl like Max. I fucking love your tats, Chloe. You're so hot. I can't believe it took us so long to hook up. Why did you get rewind powers? You don't even know how to use them. Rachel's dead and you're still alive? Life is so not fair. I wish you would have never come back to Arcadia Bay. You're the real storm. Ai, 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 ai. Tastenfeld? I'll be so grateful if this is the last Digicode. Great. The numbers are all over the place. How will I find the right code? Yeah, that's right. I'm inquiring. Oh, yeah. Yeah, that's right. Fine. But there are probably more than you are writing. 84, 28? Yeah, there are many times. Hm. How about that? 1, 2, 3, 4. Schade. Hätte ja klappen können. Ja. Wenn ich jetzt noch wüsste, welchen Code ich benutzt hatte, dann könnte ich den mal ausprobieren. Ich weiß, es war irgendwann im August, aber der August hat so viele Tage. Ich weiß nicht, 13. August oder so, keine Ahnung. Hat aber angefangen dann mit 08 und dann, weiß ich nicht, 13 oder so. Nee. Ich weiß es doch nicht. Ich stecke jetzt hier in der Sackgasse fest. Das ist jetzt gar nicht lustig. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das mit dem Video mache, ob ich das jetzt verkürze, weil das ist jetzt doch sehr lang geworden seit dem letzten Schnitt. Deswegen, ach du Scheiße. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, einfach ist gut, dass ich, äh, ist das jetzt das Rendern der Grafik oder? Was ist das hier für ein komischer Strich da oben? Hier rein kann ich auch nicht. Stimmt, warum sind keine Zahlen im Spiegel zu sehen? Das ist eine gute Frage. Es sind zwei Kacheln zu sehen. 4, 7, 4, 3. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt das ist, oder? Das probieren wir nochmal eben. 4, 7. 4, 3. Nee. Hätte ja klappen können. Ähm. Oben sind auch keine... Moment. Die 0, 3, 11. Die kann man sehen. Ah, Moment. 0, 3, 11. Leck mich fett, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Und es hört und hört nicht auf. Ach, mit mir selber kann ich sprechen. Holy shit, are you serial? I'm you, dumbass. Or I'm one of many Max's you've left behind. Can you get me out of here? Oh, so you want help? Thought you could control everybody and everything, huh? Twist time around your fingers? I tried to help. I only wanted to do the right thing. No, you only wanted to be popular. And once you got these amazing powers, your big plan was to trick people into thinking you give a rat's ass. I do care. That's why I was trying to make friends. By telling people what they want to hear? You were just looking for a shortcut because you can't make friends on your own. That's not true. I have great friends. And I've used my powers for good. Please, stop playing innocent. You're a goddamn hypocrite. You've left a trail of death and suffering behind you. That was not my fault, you son of a bitch. Don't you dare talk about our mom that way. What about the crap that was your fault? Wait, wait. Let me guess. You fucked up time and space for your precious punk Chloe? You think she's worth all that? We all are. This isn't about Chloe. Or even me anymore. Gosh. You're so selfless now, Mahatma Max. It's too bad you pissed your power away on high school drama. Chloe does a better job of guilt tripping me than you do. Because you let her bully you. It's called Stockholm Syndrome. But you didn't do that homework. So you'll have to learn the hard way. Like Rachel. Just shut up. You're not scaring me anymore. I'd be more worried about Chloe killing us than Jefferson. Max, do you really think she has any feelings for us? You're just another puppet. Man, you are so stupid. I'm embarrassed to have the same name. And someday Chloe will destroy... Oh, hell. Speak of the devil. Dude, do not even fuck with her head. She knows what we went through together this week. And you don't. There's no way you can break up our team. This is reality. After five years, you're still Max Caulfield. I am seriously glad to see you. Thanks, warrantie. Thank you. Thank you. Vielen Dank.